Musik Bis wann bis eins? Bis eins, ja. Ja, das ist ein ungrober. So ein Checkpoint-mäßiger. Mit den Checkpoint zusammen. Der sperrt immer noch einen Kobler brauchen wir. Jaaaa! Schönen Ding, wie schaut's aus? Du auch schon angekommen? Nein, ich muss mal da montieren. Ist noch ein Stress, oder was? Kilometer, das sind eh schon noch 10 Kilometer. Basi, jetzt müssen wir da mal gar... Gegenseitig filmen wir mal meiner Kamera in die Kamera. Mal ein bisschen... ...huhu! Ja, dass sie schmussen haben werden. Jetzt kommen sie heute noch mal zum Filmen. Wo hol ich mein Starterpaket an? Also Basi, wir haben ja schon geredet, nochmal. Starterpaket? Jetzt red mal in die Kamera jetzt! Ja, grüß euch! Wo hol ich mein Starterpaket an? Jason King, wieder ein Kapplet am Ball. Ja, der ist super. Also Leute, ich sag euch mal, das Gefühl ist grundsätzlich mit der Truppe mega geil. Ist eh logisch. Die sind noch schon einen Tag länger da. Ich siehe erst rum, wenn sie stresst. Ist ja eh gehofft. Bis später! Ja, du bist schon mal in Amerika gekommen. Jason King, sein Wuppet haben sie zuerst da abgeworfen mit so... Wie nennt man die? Vollschirmschwammerl da. Die großen waren das. Ja, ja, die großen zwei, drei Stück. Aber hätt's keine gebraucht. Weil ich mag sie ja nicht. Ja, egal. Nein, ich hab ein gutes Gefühl. Von den Mopeds her. Die schauen eigentlich auch ziemlich fresh aus, gell? Ja. Nein. Aber Mopeds, glaube ich, sind fit. Und zum Wetter haben wir auch ein gutes Gefühl. Ja. Wir müssen schauen, dass wir die erste Strecken relativ, die Hälfte der Strecken relativ zügig fahren, gell? Dass wir trocken bleiben. Bei der Nummer auch. Es kann kein losgehen. Nummer 40. Ja, eh logisch. Das ist eh klar. Das wird eine bevorzugt. Social-Media-Bevorzugung. Eh logisch. Ich bin Jason King. Das andere ist, dass man sowieso so ein Vollgasgerät entwickelt. Die muss anschaut und dann muss ich voll wegziehen. Weil sobald ich vom Gas herangehe und langsam, wird die etwas herangehen. Immer noch. Immer noch. Immer noch, oder? Ich hab gesagt, ich scheiß drauf an. Ja, sicher nicht. Ich hucke mich in den Friesenwagen rein. Nein, und sonst machen wir so. Ich hab eh die Holzband offen. Schau ja, da kann man sie verschieben. Da schiebe ich an. Ja, freilich. Da hacke ich die da hinten rein. Dann müssen wir da so richtig drauf. Da hacke ich die da hinten rein. Das ist so der Gepäckträgerhaken. Ja. Und dann fahr ich die so. Sicher. Sicher. Es geht beidseitig. Gas bleibt hängen. Aus dem Tempomat. Ja. Gerne Tempomat. Machen wir schon. Kriegen wir schon. Wie schaut's bei euch aus, Burscht? Super. Ideal. Daniel hilft mir an Jason King. Jetzt geht's dann gleich los, oder so. Musik Das hat die Mamacus aus. Das ta מש Mama mali? Mama mama? Ja. пов geht's. Musik So smooth, can we all on the road? Now you're seeing stars like baby gold Ain't nothing gonna hold you back You got it like that You got it like that Ain't nothing gonna hold you back You got it like that I keep my heartstrings While you're holding your knees This is a piece of last shot What's going on? What's going on? Manu, the departure is greater and the roadlogger has been switched So the first departure we've already done I don't want to meet you Thanks, man The roadlogger is at the end You got the roadlogger? No, you got the departure And the roadlogger has also seen It doesn't look like anything I don't want to meet you I don't know what it is You got the roadlogger It's the roadlogger But the roadlogger You got the roadlogger That roadlogger Ich habe ihn auch nicht eingeschickt. Du checkst ihn gerade ein. Da seitlich ist es auch noch nicht. Achso, da hast du ja genau. Ich habe zuerst gedacht, dass ich rein war. Ich habe mich in Höfer rittet. Ich habe es da drüben voll und da auf Anschlag. Und dann ist es ein bisschen steil berg angegangen und ich habe nicht gecheckt. Das war nicht so schnell wie er war. Das habe ich eh schon angeschlagen. Da ist es voll über die Uhr. Und dann beim Gas geben, hat man schon so ein Rippen, 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 Rippen. Alter Scheiße, ich Idiotenkopf. Aber dann noch ein paar Male runter vom Gas. Dann rennt du schon wieder. Ja. Das ist mit deinen Rätseln. Ja, ich muss aufpassen. Es ist gefährlich, wenn ich überdrehe. Überdrehe sind wir. Let's go! Langer Scheiße. Musik 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 You know that you got it, no doubt about it They keep coming back, coming back for you You're so hypnotic, no one can top it They keep coming back, coming back for you Let's stop, let me smile, go on child You know what you gotta do when you get wild You ain't gotta play it cool, get wild Take a rocket to the moon, get wild, get wild, get wild Show me how you're doing, the way you're moving They keep coming back, coming back for you They keep coming back, coming back for you Let's stop, let me smile, go on child You know what you gotta do when you get wild You ain't gotta play it cool, get wild Take a rocket to the moon, get wild, get wild Turn on the dial They keep coming, coming back They keep coming, coming back for you Get wild They keep coming, coming back for you Hey guys, come on How to battle for the muscle? After the battle for the muscle, Jay homme Bis zum nächsten Mal. 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 Hey, wir haben ein Problem da. Patrick, du brauchen wir gleich weiter zur nächsten Mal. Ja? Ja? Bis zum nächsten Mal. 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 Soll das! Geek! 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 Wir sind in den letzten Kilometern. Aufregend! Aufregend! Herzlichen Glückwunsch! Geht nichts mehr? Ja! Amohl! Wir sind nach oben! Ja! Gamer! Spitziger! Ich habe sofort ein Regen, die Spagal. Okay, ich habe auch schon ein Gass. Aber wir fahren jetzt so langsam, nicht vor Ort. Es geht einfach nur um den Regen und das ist das Geile. Let's go! Ja! Vielen Dank. Ich habe kein Problem, aber mit den Schwingern hinten sind wir rauf und nicht wenigstens. Seine Schwingern müssen wir schmassen unterwegs. Ja, ohne Scheiß, wo ist die Bühne? Das ist jeder Schwinger. Das ist ein Gelegger. Du hältst aber auch durch. Ich will schon 10 Pullover, ein Mufferwerk-Pullover. Das ist ein Geisteskrank. Pass zum Mopel, oder? Pass auf, ich bin kein Pullover-Träger. Aber das ist einfach nicht geil. Du hast die Qualität. Jetzt einmal ohne Scheiß Real Talk. Das verrat ich dann nach der Kamera. Das kann man so 100% wissen. Weißt du was? Das ist kein Merch. Das ist Mode. Lecker, der Morscht. Ohne Scheiß. Das ist auch eine gescheite Kapuze. Das ist eine gescheite Kapuze. Die Quali. Ohne Scheiß, danke. Freut mich, wenn du so weit hast. Ja, total. Also wirklich. Das wird mein neues Werkstatt geworden. Das wird morgen so angewichst mit Öl sein. Man hat zerrissen und Scheißbompte. Nein, nichts. Das sage ich auch. Was sagt der Old Jam? Am Sonntag, wo sie es endlich kriegen kann. Achso, ja. Die gehen wir am Montag. Da ist weniger los. Warte, Jason Kling. Wie willst du Jason Kling schalten? Wirklich so. Wirklich so. Wirklich so. Wirklich so. Wirklich so. Was ist das für geiler Fatsch? Wirklich so. Wirklich so. Wirklich so. Wirklich so. Wirklich so. Wahnsinn. Es ist Max. Ja, das ist Max. Der ist Fert inspirierend. Der ist Fertig. Der ist Fertig. Der ist Fertig. Die sind Fertig. Er ist Fertig. Der ist Fertig. Ich hole mich mal in der Luft. Er ist Fertig. Wissen hat man sich in der Luft. Jan Stein King… Ich叟 den King… Jo. Komm Ballin. JEEZEN KING…. Ich hod ein, schieß mal glaube ich. Du hast es gekauft… Du hast es parole? Alter, was passiert da? Weiß ich, was passiert? Ja, pass auf. Wir haben jetzt ein neues Wuppe gekauft. Es war billig. 3.000 haben wir gestoßen miteinander. Und jetzt haben wir das Wuppenfoto. Du sagst, es bricht zusammen, oder? Ich bin mir nicht wach. Bist du sicher? Ich würd mich nicht aufmachen. We about to make it happy. Better listen up. So hot, we burn it up. Keine Ahnung, wo der Jason ist, oder? Ja, wo der Jason ist. Ich sehe nur, dass Jason King sein Gefährte unrechtzquetscht worden ist von der Werkzeugkiste. Da ist hinten eine, oder? Hört, pass auf, da ist mein Lab dabei. Auf Heim. Die Gurtburschen. Was soll ich sagen? Die Gurtburschen, wir sind wieder, wir haben wieder einen Rausch unseres Lebens gestern aus. Die dritte Wuppen hintereinander, oder was soll ich sagen? Ich find's sehr anstrengend, diese ganzen Jason King-Wuppen. Ich bin ehrlich, wenn ich komme hinten vor und nicht mehr zusammen mit ihm. Weil er ständig nur mehr da dabei ist. Ja. Weißt du, wie es den Jason gestern geaugt hat? Ich glaub, du. Du? Ja, es hat gar keinen Spaß gemacht. Ja. Das mit der Bühne war ja schwer genial. Also das hab ich auch gefeiert, dass der Jason King dann wirklich einfach bei dieser Preisverleihung einfach gesagt hat, ihr streitet sich an den scheiß Pokal und legt mir morgen. Ist ja gegangen. Und das haben eigentlich bis zum Schluss alle ziemlich angefeiert, diese Aktion. Selbst der Chef höchstpersönlich. Ja. Du hast einen Ausfallkopf gestern. Ausfall? Ausfall. Ich hab mir einen Ausfallkopf gestern. Du hast dann auch dein Auspuff, ist irgendwie von Ausgefallen. Den hat er uns gedacht, ich muss eine Kniekammer drängen. Du hast noch ein ganzes Problem mit dem Auspuffkopf, aber ich hab schon gesehen, du baust auf einen Buchenax ES für die Ausfahrt. Ich glaub einfach, dass da ein Haris schon war. Und dieser Haris, hat zu diesem extremen Dilemma geführt. Haris und Ford war da. Haris und Ford, ja. Ja Burschen, das war unser Video von der Motro 2021. Es war extrem leihwand. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Wir haben alle Pickerl da drauf auf unsere Checkpoint-Tofeln, was es einmal gibt. Der Bus schaut wieder aus wie Sau. Wie immer. Wie jedes Wochen eigentlich. Was bleibt denn zum Sagtag? Wir fahren jetzt zur Mecke. Wir fahren jetzt zur Mecke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alle winken in die Kamera. Viva Laa. Schaudi, Schauti, 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 Schauti. I never tell her, But I put it in the music. Well, That's okay. I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above. Get the cream on the side. Make you after knowing. That's the stuff that I love. La-da da da. Outro